ein herzliches willkommen zurück zu lost in random gibt zu ich habe das ein wenig schleifen lassen in letzter zeit aber es kam ja diese neue train sim world 3 raus und hat mich da ein bisschen darauf konzentriert aber auch für wünschen einiger user ganz speziell einer bestimmten habe ich mir vorgenommen dass jetzt mal wieder in angriff zu nehmen und ja das jetzt tun wenn wir schauen wir waren immer noch dabei glaube ich den krieg hier so zu beenden wenn es war erst mal fragen mich überhaupt jetzt weitergeht ich bin ein bisschen raus muss ich ehrlich sagen aber ich versuche da wieder reinzukommen machen wir eben folgendes ich das hinkriege ein moment ein moment ein moment ich hoffe das geht ja ich glaube ihr werdet mich verstehen geht jetzt gerade nicht so wenn jetzt hier mal erst mal die fragen was hier was hier weitergeht das haben wir jetzt beendet sehr schön so dann geht es jetzt weiter macht sich nur wie so wir werden unsere suche fortsetzen und zu ihm zurückkommen welche suche stellt fragt sich jetzt was haben wir jetzt zu tun das wäre eine idee die schwerter brücken dann wenn wir da erstmal drauf gehen ich glaube ich muss ja diese eine da noch fragen fragen wie es da jetzt weitergeht ich bin jetzt gerade ein wenig außer aus der ganzen geschichte raus ich war beim herzog er hätte mir dieses präge geben so die braucht also noch mehr gegenstände dann werden wir mal ein bisschen weiter suchen da geht es nicht rum da ist der ausgang genau da ist der ausgang genau dann wird er mal ein bisschen aufs schießen genau so marktplatz gehen wir mal hier rum gebietes herzogs gebiete baroness gehen wir da mal hin irgendwo muss ich ja anfangen jetzt und irgendwo wird es mit Sicherheit weiter gehen und mal hier rum das ist natürlich der nachteil wenn man das länger nicht mehr spielt dann ist man ein wenig raus gebietes herzogs gebiete baroness gebietes grafen gehen wir mal hier rum hier ist anscheinend endstation soweit ich das noch in erinnerung habe sollen wir ja den krieg beenden und dafür braucht die gute neschka oder neschka oder wie auch immer die heiße mag noch mehr gegenstände und die sollen wir ihr natürlich hier besorgen ich bin nur gerade am rätseln wie wann wo das war nichts so das königlich mit des grafen gehen wir da mal hin fragen wir den mal vielleicht hat der noch was zu sagen ich würde sagen ich grasse jetzt alles ab beziehungsweise alle drei und irgendeiner wird mir dann schon sagen was ich zu tun habe ich bin halt ein mutiges mädchen ich bin halt ein mutiges mädchen was ist dieser von der leite graf ich bin nicht schon wieder bei den schützen drehen ach glaubst du irgendwo mal hier rum ich bin nicht überfracht ich bin nicht überfracht also hier ist nichts kann man denn nicht irgendwie jetzt da kann ich da nicht irgendwie jetzt mal raube die baroness abgesehen von den gegenständen der kriegslüsternen drillinge musste eben auch die tatwaffe finden mit der der könig von dreid getötet wurde aber wo sollte sie anfangen hatte einer der drillinge sie in einem besitz in seinem besitz oder ging sie auf dem schlachtfeld verloren oje die drillinge befragen wäre wahrscheinlich ein guter anfangen finde die tatwaffe und finde bernar das ist haben wir noch nicht abgehakt dreifacher zirkus und schwester im geiste ist der quest finde die tatwaffe 2 von 6 haupt quest das muss ich mal eben schauen hier haupt quest das ist dieses rufzeichen wir sind wahrscheinlich hier wo sind wir marktplatz wo sind wir ich sehe uns gerade nicht wie das grafen königliche nostalgium die spinnen gondel ich sehe im moment kein rufzeichen ehrlich gesagt da ist ein rufzeichen oder was ist das das ist eine nebenquest dabei die bei der spinnen gondel aber wo ist das rufzeichen damit ich weiß wo der haupt quest ist sehe ich gerade nicht aktuell muss ich ehrlich sagen wir sind hier sind da oben oberhalb der schützengräben auf dem gelben weg die Gute Frage, gute Frage, gute Frage. Was ist denn jetzt so auskarniert? Also anscheinend muss ich die Tatwaffe finden. So viel habe ich jetzt schon mal rausgelesen. Wir sollen die Drillinge befragen. Wir sollen die Drillinge befragen, was ihr habt? Oh, keine Ahnung. Ich schaue es hier für einen neuen Weg mit mir. Jeder braucht etwas, und ich habe etwas für alle. Dicey! Da kommen wir auf jeden Fall noch nicht vorbei. Ach, es ist nicht einfach. Bietes Grafen. Doch, ich trepfe jetzt mal den Grafen an, damit ich den mal fragen kann. Weil das sind ja im Prinzip die Drillinger. Da sitzt er. Dann werden wir den doch einfach mal fragen. Vielleicht hat der noch Infos für mich. Der will im Moment nicht mit mir sprechen. Gut. Dann gehen wir zu seinen Geschwistern. Königliche Nostalgium. Genau, da sind wir ja, da haben wir das geöffnet. Gehen wir mal hier rein. Klar, das haben wir ja auch beendet. Genau, da haben wir den Schlüssel geholt, ne? Beziehungsweise das Gemälde. Genau, so war es. Dann haben wir ja auch nichts mehr zu tun. Dann sind wir ja auch fertig. Gehen wir mal hier weiter. Gehen wir mal zum Gebiet des Herzogs oder Gebiet der Baroness. Gebiet der Baroness. Gehen wir mal erst mal rechts. Gehen wir jetzt mal hier rein. Da waren wir doch schon. Gehen wir raus. Hier tut sich was. Gehen wir raus. Gehen wir raus. Gehen wir raus. Gehen wir raus. Kämpfe für Pip, genau. So, das war ja schon mal nicht schlecht, sehr schön, brauchen wir den noch. Das hat mir jetzt nicht so weitergeholfen. Gehen wir mal hier hoch. Ich glaube, der hat leicht einen im Kahn. Hey, hier wird es schon ein bisschen härter. Aber anscheinend kommen wir jetzt ein bisschen weiter, das ist doch schon mal sehr viel wert. Was ist da? Was ist das? Da kommen wir aktuell anscheinend noch nicht hin, oder? Da kommen wir noch nicht hin. Kommen wir nicht hin. Wie komme ich denn jetzt hier wieder zurück? Was hat das hier zu sagen? Das hat doch irgendwas zu sagen. Ich weiß aber noch nicht was. Machen wir die einfach mal aus. Was ist denn passiert? Nichts. Einfach nichts. Was ist das? Willkommen in Warrior's Training! Way better than that calm breathing, fella. Let's begin by No, no has Now for axe training Swing wide Imagine you just murdered your friend with an axe You're a warrior Warriors don't Now we're working on our battle cries Yes, finally Let's focus on our motivation Do warriors need motivation? No Even wondered, what she'd been caught uphidden That concludes, warrior Die Werte des Kriegers Finde einen weiteren Weg Jügele bilden Karten Dann gehen wir einfach mal weiter Haben wir jetzt wieder einen kleinen Auftrag? Das ist gut Die Werte des Herzogs Sollen also einen weiteren Weg finden The Baroness lived at the top Wildcard Hill A training ground for war And a home to warriors It was not a place for children But then again Oh, now we have to fight What part of freedom was it? Ah, I see it again Das war natürlich jetzt noch gar nichts Egal Machen wir halt Ein bisschen Schießtraining Das war ein Tiefschlag Will mein Schwert haben That war ja Bis zum nächsten Mal Das war ja Solle keine Ahre Das war ja Das war ja Das war ja Und dann So, jetzt habe ich einen kleinen Schutz gehabt. Ich will endlich mein Schwert. Tolles Blatt, sehr schön. Jetzt ziehen wir erstmal die Bombe. Dann brauchen wir ein bisschen Schutz. Was anderes. Und die nächsten. Das darf doch nicht wahr sein. Ich bin schwer. Ist das so schwer? Ist der auch noch? Hm. Jetzt endlich. So. Mal gucken, wie schlecht noch mal. Genau. Boah. Volle Männer. Komm ein bisschen näher. Komm ein bisschen näher. Noch ein Stück. So. So, der ist hinüber. Mein Schwert auch gleich. So. 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 So, das war nämlich mein Ziel. Da hinten sind die nächsten Viecher. Na egal. Machen wir auch kurz im Prozess mit. So, was haben wir jetzt hier im Angebot? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sehr schön. Genau die brauche ich. Den hat sie hinüber. Du bist der nächste. Sind die Viecher? So. So. Wo seid ihr? Da hinten tut sich was. Das ist noch einer. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Habe ich aber die Schnauze voll hier. So. Ich sag nur goodbye. Tschüss. 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 Tusch. Tschüss. Tschüss. feierabend hier so ich habe eine vierer lanze der geist der zerstörten vier statt meines manifestiert sich in form einer lanze drücke x um zuzustechen halte x für einen durchbohr angriff sehr sehr schön was passiert jetzt gut 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 dann gehen wir da mal lang schauen wir mal was uns da so erwartet ich habe alle deine clubbingler kein besiegt naja wie du meinst ich habe eine andere wahrnehmung die Dann... ...at EASE, even. Look at you. You're not even old enough to be a recruiter. No, I suppose you're not. What can I do for you, even? Simple thing, really. But it requires complicated strategy. One or both of my brothers defeated our bodyguard. Not surprised. Nishka's da- She taught me how to win a fight. Taught me how to never surrender. Taught me the importance of- No. That would be a dereliction of duty. How is she, other than alive? Impossible! I am too busy waging and winning. Ha 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 ha! But I admire the courage. Tell you what, even. I happen to own the mighty- Certainly. This arm. It's only the most- You will. Fail. Fight war, soldier. That's what leaders do. Fight war, soldier. Fight war, soldier. Ah, very good. Can you defeat my- Ha! Me! Loose against a soft aesthetic and a shrill mania. Sorry. Suddenly I think the robots long- So, damit haben wir alles abgefragt. Dann können wir auch gehen. Even knew what she needed to do, to get something that would jog Nishkas memory. Win the most protected treasure in the most militarized kingdom. Hmm. She knew it would be hard, but she also knew that the chance of ending this war, if indeed she could end it, would be worth it. Yeah. I think we have to do that now. What is it here? Finish this fight by destroying the tower? Oh my God. To destroy the tower, you must lead your plague piece onto the appropriate tile, in order to fire your- In this game, you have to destroy the surrounding cannon tower of the Baroness. The Baroness lands on the cannon. Okay. Ok. Aye. Ecophany. Dammit, hell of a hell. Oh no, damn. sehr schön die kanone hilft so Dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal. So, jetzt geht es wieder zur Kanone. Sehr schön. Dann füge ich alles andere als einfach hier. Das funktioniert. So, jetzt geht's. 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 So, we too. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. The walls, right! The walls, rise! It's not easy. No. Jetzt wandert sie wieder auf die Kanone, sehr schön. Können wir da wieder hin? Nein! Wie soll's auf die Kanone? Ja! 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 Okay. wir schon mal hierhin wunderbar wo 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 so gar nicht kommt her die fischer braucht den kristall die pfeile scheiße wichtig sich darauf auf die kanone ja schön, da bist du da hinten ja schön, da bist du da hinten ja schön, da bist du da hinten oah mann da wächst wie ich oah scheiß stören Friede hier scheiß stören Friede Was anders. Halbzeit. Wow, fuck. Fuck. Walls up. Schwert. Energi, 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 energi. Da ist die Kanone. Wo ist die Spielfigur? Da ist die Spielfigur. Ne, wo ist die? Da. Ist noch ein bisschen weit entfernt. Ach, wie angegossen. Ach, du Scheiße. Mann. Sag mal. Nein. Oh. Oh Oh Ich habe gerade die besten Ausgangspositionen die ich hier habe Das wird halt auf die altmodische Art machen Boah, über mich hat geschossen Abzüge Kanone Noch ein bisschen, noch ein bisschen Keine Ahnung Wunderbar Einmal noch, einmal noch Geh! 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 das war's blitzen blinzel angriff weicht even mit ihren blitzen blitzen durch gegner aus erleiden diese schaden dieser effekt hält 30 sekunden lang an sehr schön so das wird die brücke sein da zu dem schatz oder was auch immer das sein mag manchmal geht das einfach zu schnell weg egal wir haben auf jeden fall was sie mal an der schas maschinen arm nein ich habe mir wasser royal promise you have a future in my malice even very well keep the arm never mind just three fight war soldier that's what leaders do me right a little girl controls the movement if that were true you'd be the most dangerous naja bis dann so es bewegen sich wieder mal die figuren sehr sehr schön ah der wächter macht ne biegel da können wir da auch lang gehen da haut er auch ab da haut er auch ab da hinten ist irgendwas seht ihr das hinten in dem dinge da drin wir gehen jetzt zurück nach neschka bring ihr den arm ich überhaupt richtig wo ich langlaufe hoffe wo ist jetzt hier der ausgang jetzt schon wieder los auch nicht schon wieder kämpfen kein bock mehr ich will ich will ich glaube ich hebe ab hier mein gott ich habe die schnauze voll hier ich will ich will ich will ich will Das war's für heute. Wo sind die Bomben, wenn man die baut? Oh mein Gott! Das war's für heute. 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 Ich will... Mein Gott, wenn man... Ich will... Ich will... Ich will... So, wo bin... Ich will... Also... Also... Dann... Ich will... Ich will... Ich will... Ich will... Ich will... Also... Ich will... Ich will... Ich will... Und... Ich will... Ich... Ich will... Und...